Hallo und willkommen zu Gossack 2! Ja, ich bin schon gleich auf dem Weg hier in Richtung Stadt. Es wird ja endlich mal Zeit, dass wir in die Stadt kommen. Nach vier Parts, ja, im fünften Part sollte man das schon langsam schaffen. Mein Gott. So, ihr werdet mich durchlassen, oder? Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Oh doch. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Ähm, woher willst du wissen, dass ich kein Geld hab? Äh, pfff, 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 pfff. Kann ich mir nicht einfach mal... Zum Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Ach! Und was könnte das wohl für eine wichtige Nachricht sein? Äh, du, zum Beispiel, dass die Achner angreifen, die... Der Miet des Bösen lag im... Mach ich mal das. Die Armee des Bösen lagert im Tal von Korinnes. Im Wienental? Kommst du von dort? Hast du die Armee gesehen? Ja, genau. Ja, ich war am Tal von Korinnes. Ich habe riesige Drachen gesehen. Du lügst doch. Der Pass zum Tal wird von beiden Seiten gehalten. Niemand kommt da durch. Oh doch, ich schon. Hey! Verdammt! Nein! Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Das kennen wir doch irgendwie. Das kennen wir doch irgendwie. Deja vu. Wir haben schon genug. Ach! Kennen wir doch schon alles. Hier, kann man einmal Kräuter machen. Oder ich bin gekommen, um mich der Miliz anzuschließen. Ja. Äh. Ich habe einen Passierschein. Hier sind Hunde. Dann lass mich rein. Kann man glaube ich auch machen. Ich bin gekommen, um mich der Miliz anzuschließen. Ja. Der ist gut. Versuch's damit mal beim anderen Stadttor. Vielleicht kaufen die dir das ab. Der ist auch gut. Was denn? Ähm. Ja. Ich habe hier einen Passierschein. Du hast einen Passierschein. Tatsächlich? Und wen hast du dafür umgelegt, du Halsabschneider? Ich würde mich jetzt reinlassen oder nicht? Na, geh schon rein, bevor ich's mir anders überlege. Na, endlich. Dankeschön. Ja, so kann man seine Zeit auch verschwenden. Hey. Lothar, was geht? Ich bin Lothar. Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Wolltest du wissen, dass das mein Herr ist? Der Standort Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Aha, es verschwinden eine Menge Leute? Was gehen hier ab? Äh. Pff. Aber das Wichtigste zuerst. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der Ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre der Kommandant der Stadtwache zuständig. Ja, das ist ja... Egal. Äh. Pff. Ja. Hör zu. Die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wie, schon wieder? Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt. Auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den Letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem gefangenen Transport ins Minental geschickt. Also, hüte deine Zunge. Äh, was? Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Ja, das sollte euch aber zu denken geben, wenn ich schon der zweite bin, der so ein Märchen erzählt. Hä. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja. Der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mehr auf den Geist zu gehen. Was? Du hast Diego zurück ins Minental geschickt? Du Penner. Sollen wir noch weiter reinziehen hier? Ich bin gekommen, das Auge Enos zu holen. Das heilige Auge Enos. Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Doch genau das. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Junge. Alter. Mit dem kann man auch nicht reden, oder? Äh, okay. Jetzt muss ich ja... Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja. Es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht nach oben rein, wenn du in der Stadt bist. Klar? Und ja, wie reizt man sie? Aber egal. Bei den Regeln der Stadt wird er ja wohl was sagen. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens. Der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Wer ist ehrenwert? Zweitens. Das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens. Wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Ja, einige. Äh, ja, genau. Zum Beispiel. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Was? Muss ich mich der Miliz echt anschließen, oder was? Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Corinnes. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin. Du würdest das bereuen. Puh. Ei, ei, ei. Das hört sich ja kompliziert an. Also... Einmal muss ich Bewohner der Stadt sein und Miliz. Was? Oder? Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord Andre in der Kaserne. Also ich muss echt erst Bürger der Stadt sein und dazu muss ich hier als Lehrling angenommen werden, wo alle anderen Meister auch zugestimmt werden müssen. Und dann Miliz. Was ist der Teufel? Ja, genau, wenn ich das sage, dann... Das ist doch lustig. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Nö. Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Ja, komm, noch weiter daran. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Ach Gott, das ist ja gut. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Schöne Beschreibung. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisen, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Aha. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Schill mal, Alter! Okay. Bevor ich mich hier aber weiter umsehe, werde ich erstmal mit Vatras reden. Und den Auftrag habe ich schon, bevor ich hier mich ins andere Türme des Stürzes. Ich kenne mich ja hier aus, zum Glück. So, Vatras. Adanos, sei mit dir. Adanos? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos. Des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ähm, ja. Erstmal Brief, oder? Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ach echt? Ich frage mich, wie du an diesem Brief gekommen bist. Ja, vom Cavallon halt. Von Cavallon, dem Jäger. Cavallon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe. Und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Cavallons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Alles klar. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Äh, pfff. Weil ich mich anschließen will, oder? Keine Ahnung. Cavallon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Ja, sicher, klar. Zieht ja nicht als Gilder, ja. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Ach, was? Was meinst du damit? Naja. Du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was würdest du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Er will aber echt hier viel wissen. Ja, man kann ihnen jetzt alles Mögliche erzählen, aber er vertraut einem nur, wenn man die Wahrheit sagt. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagenerwähnung finden. Woher weißt du das? Xardas, der Magier hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbesprung. Was? Äh, klar. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinus. Gut, fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich angügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Alles klar. Der hat eine eingebaute Lügendetektor oder was. Weil wenn man was, irgendeine Lüge erzählt, dann ja, sagt er, du erzählst mir nicht die volle Wahrheit. Irgend sowas, aber genau weiß ich nicht. Ähm, jetzt mal erzählen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft, darfst du natürlich nicht alles wissen. Warum nicht? Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Dann mach mal los, ja. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Ja, einen kennen wir ja schon. Kann man auch hören, ja. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Unbekannten Teil. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Saturas, ah. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Okay. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Na ja, gemäßigt. Das eine, auf der einen Seite der, der totale Ordnung, Kontrolle über alles, Überwachungsstaat. Und auf der anderen Seite Chaos, Blut und Mord. Ja, so kann man sehen. Und wirklich, man muss den Zwischenweg finden. Das ist alles im Gleichgewicht, das ist schwierig, aber... Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Oi, oi, oi. Das hört sich sehr... Ja. Frage muss ich an. Wegen des Waffenhändlers? Wegen dieses Waffenhändlers. Was kann man da fragen? Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hakenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Ach. Ja, bin ich das? Gut. Ja, was muss ich mal zu tun? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der bitte, um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Ach, du Scheiße. Ich habe den Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewitzes der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Uiuiui. Ich habe einen Film. Das ist gut, ist das groß genug? Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Junge, Alter. Wenn einer dafür verantwortlich ist, dann nicht. Äh, Barriere ist weg. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere Aufrichtebürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrehen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Ja, ist ja gut. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings, solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Ja, wenn das so einfach wäre. Da müsste ich erstmal irgendwie zu Lord Hagen vorgelassen werden. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem vertrauten Larus sprechen. Larus? Den kennen wir ja auch noch. Aus dem neuen Lager. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Warum die Söldnertruppe? Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Larus bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Okay, dann werde ich das... Das werde ich tun. Boah, 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 so viel, so viel. Aaaaaaah. Wegen der vermissten Leute. Ja? Mal sehen, ob wir da auch noch was erfahren können. Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Da muss ich ja ein Abschaumviertel hier. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ich weiß noch gar nichts. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Das war ja ziemlich unnötig. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Ja, gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern können. Ja, sag. Ich werde dir dieses Erz-Amulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlicht. Ah, ja. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett inwohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Ja. Das ist ja wie ein Spürhund. Vielleicht sogar besser. Ja. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihnen beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle interessiert worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Aha, danke für den Tipp. Werde ich mir merken. Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nachkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Triordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Ah, den kennen wir auch noch. Den kann man auch noch drinnen. Ach du je. Danke, ich werde gut darauf achten. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich soweit alles Wichtige. Spenden erstmal nicht. Nee, kannst du mir Magui beibringen? Auch nicht. Der ist mir über die Götter. Äh. Hä, hä. Kannst du mich heilen? Älte Götter. Das. Was? Was? Gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Ach Gott, habe ich schon gleich die nächste Aufgabe. Gut, Junge. Also. Boah. Da haben wir schon ein paar neue Auftragen. Jaha. Waffenhändler. Wo sind die vermissenen Leute? Der Mann mit der Augenklappe. Die Wassermark. Ja, der Ring des Wassers. Das Augehinter. Ja, und die Auftragen werden bestimmt nicht weniger. Das kann ich euch versichern. Also, es gibt... Was? Hey du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ich kenne deinen Namen aber nicht. Hä? Steckbrief? Hier. Dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Ja, wir haben auch schon eins gefunden. Das ist ja großartig. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Denn wir sind jetzt alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist, und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Ich habe mich gemerkt. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Ist ja gut. Ganz ruhig. Schill mal. Okay, okay. Aber jetzt will ich endlich mal diesen Part beenden. Vor heute. Ja, mein Gott. Wieder nur gequatscht. Aber das ist wirklich, ja. Wie soll ich sagen, das macht sehr viel aus hier. Besonders in der Stadt Grünes. Das Kämpfen, das kommt erst nachher so ein bisschen. Am Anfang muss man sich durch ein... Du wirst ja schlagen von Quest. Das gefällt vielleicht nicht jedem. Aber mir gefällt es. Also ich finde das schön komplex. Das vermittelt doch eine richtige lebende Welt, wo man da eintauchen kann. Na gut. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge noch sehen. Ja gut. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Und wähle ihr Sprach.